Moin Leute, hier ist es euer Dennis von Notikars. Ich habe was Neues für euch. Nein, eigentlich ist es nicht neu. Wir haben es schon letztes Jahr gehabt, aber dieses Jahr noch besser. Die Pokémon Adventskalender sind wieder da. Wir haben sie für euch am Start in drei Versionen und die stelle ich euch jetzt vor. Fangen wir mit der Premium Version des Adventskalenders an. Wir haben hier die 150 Euro Version und hier seht ihr all die tollen Artikel, die in der 150 Euro Version enthalten sein können. Ich fange mal an das Ganze aufzudröseln. Es werden zwei dieser fünf möglichen Sonderboxen enthalten sein. Natürlich als besonderes Highlight für den 26. und 24. könnt ihr euch das einteilen. Wir haben insgesamt zwei dieser wundervollen zehn Minitins. Es gibt insgesamt acht Booster, darunter natürlich auch Top-Serien wie Welten am Wandel. Das sind natürlich nur beispielhaft die Booster, die ihr hier seht, aber das werden schon den Großteil der Booster darstellen. Ich meine, wir haben hier fünf Sets, drei fehlen noch. Und dann bekommt ihr acht GX oder EX Karten in der Regular Art, zudem zwei Full Arts und zwei Hyper Rare oder Gold Karten. Auch hier sind nur mögliche Exemplare abgebildet. Ihr könnt natürlich alle möglichen Hyper, Full Arts oder Regular Keksen bekommen. So Freunde, unsere Version Nummer zwei kostet 50 Euro und ist damit in einem absolut bezahlbaren Rahmen für jeden, der sich etwas Schönes gönnen möchte. Diese Version enthält insgesamt als Highlights zwölf Booster aus den gezeigten Editionen. Dann haben wir eine Promokarte. Hier sind nur ein paar der schönen Beispiele, wie zum Beispiel Mew2Mew aus der Pin-Kollektion oder Glumanda und Glutexo als Holo-Promo, aber auch Prelease-Promos sind dabei. Dann für alle, die lieber ein bisschen mehr Zubehör mögen, haben wir hier zum Beispiel noch ein Deckcase, einmal Top-Loader und einmal Cut-Sleeves, damit ihr die neu gezogenen Karten auch gleich schön verstauen könnt. Und das Ganze wird dann abgerundet durch acht Holo-Karten, sodass wir insgesamt auf 24 Päckchen kommen. Dann haben wir hier die günstigste Version unseres Adventskalenders. Diese besteht nur aus deutschen Karten und wird 30 Euro kosten. Es sind enthalten sechs Sternen-Karten, sieben Reverse-Holo-Rares, acht Holo-Karten, darunter auch ganz besonders coole, wie zum Beispiel Garados. Oder Evoli oder auch Grandiras und Darkrai. Und als besonderes Highlight gibt es obendrauf noch drei deutsche Booster aus diesen Serien. So Leute, während ich dieses Video aufgenommen habe, habe ich so gedacht, egal, ich mache noch eine Version. Und zwar für all die Leute, die vom Pokémon nicht genug bekommen können. Die mega, hammer, überkrasse Premium-Version. Die Gönnung schlechthin, ja. Ihr seht es ja schon an den Artikeln, die hier so auf dem Tisch liegen. Diese Version wird 300 Euro kosten, aber die hat es auch in sich. Und zwar ist immer enthalten eine Reshiram und Lugac-Tag-Team-Kollektion. Es sind zwei dieser hier fünf dargestellten GX-Pin-Kollektionen enthalten. Es ist ein Ordner enthalten, entweder dieser Pikachu oder ein ähnlicher Ringbuch-Ordner. Wir haben eine Kanto-Stärke-Mini-Tin und dazu gepaart noch eine Kanto-Freunde-Mini-Tin dabei. Wir haben eine Hyper-Rare oder Shiny-Karte. Die, die hier liegen, sind jetzt nur eine beispielhafte Abbildung. Es ist immer ein Dreipack-Blister dabei. Möglicherweise sogar von Welten im Wandel, wenn euch das freuen würde. Und als besonderes Highlight haben wir hier noch eine PSA-Karte. Und zwar die PSA-Karten, die ihr hier seht, sind auch tatsächlich die PSA-Karten, die darin enthalten sein werden. Einige davon habe ich doppelt. Das heißt, wir können ein paar mehr Adventskalender anbieten als nur acht Stück der Karten, die hier zu sehen sind. Aber ihr erhaltet garantiert eine dieser acht PSA-Karten. Und abgerundet wird das Ganze durch. Einfach mal 30 Booster. Ja, richtig. Ihr erhaltet noch 30 Booster dazu. Von den Sets, die hier zu sehen sind, erhaltet ihr einfach noch 30 Booster. Das heißt, ihr könnt euch einen richtig fetten Adventskalender basteln. Und das nach Belieben kombinieren, um euch den ultimativen Master-Adventskalender für jeden Pokémon-Trainer zu bauen. Ich hoffe, diese Version gefällt euch auch. Mir ist es einmal eine Herzenssache, dass wir jeden Wunsch abdecken können. Und deswegen haben wir den jetzt spontan noch mit aufgenommen. Ich wünsche euch schon mal ganz viel Freude mit diesen Adventskalendern. Und ich hoffe, dass sie bei euch gut ankommen werden. Und sie euch viel Freude bereiten. Und wir viele, viele, viele Adventskalender für euch packen dürfen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Dennis von Lottikarts. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü